Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Wizard Empire, natürlich wieder mit Tim Razamon und den Herrn Blasey Boy auf der Suche nach einem Pflänzchen So, ne, ich muss hier Basilien abbauen, ich brenne gerade, cool Naja, ich hab mal mein Dings an, alles ist gut Das ist echt angenehm, wenn man nicht in Lava sterben kann So, wie Blut habe ich überhaupt noch 24.000, ach du Scheiße Ja, irgendwie, das geht schneller verloren als man als ein Lieb ist, ne Das Problem ist, ne Ja, was ist das Problem? Ich brauche immer noch einen Ozean, ne Einen Ocean? Mhm Wo man merkt, ob das ein Ozean ist oder nicht Naja, das ist eine gute Frage, ne Okay, ich hab immer so gute Fragen So, weiße Wolle, die ich natürlich gleich wieder mitnehme, wenn ich schon mal hier bin Ach toll, jetzt mein Obsidian verbrannt Ist das hier wieder was anderes? Ach, das ist wieder Light Grey Wool Fuh, dreckiges Schaf Hehehe Dann Ah, jetzt hab ich vier Stück Und wieder Wasser hier, das macht wieder alles voll, okay, super Achso, Spitzhacke wieder ausmachen Immer ganz wichtig, dass man alles wieder ausmacht Das stimmt, ja 19.000 nur noch, aber ich muss mal hier wieder ein bisschen Blut auffüllen Aber hier gibt es auch wieder Kohle, die muss ich unbedingt mitnehme, weil Kohle haben wir ja nicht Kohle ist ja Mangelware Ist das Nova, mitnehmen Ich glaube die Baufolgen am Mittwoch, die ich aufnehmen werde, ich werde einfach nur noch Kohle und Rohstoff und sowas fahren einfach nur, damit ich weiter machen kann Ja, ich weiß sowieso nicht Willst du jetzt heute nur drei Folgen aufnehmen, oder willst du heute mal die fünf durchziehen? Drei, ich muss ja was anderes aufnehmen Was bist denn du? Ein Druid Was passiert denn, wenn ich dich töte? Dann ist er tot Wann hast du wieder vor nach Hause zu gehen? Ich brauche ja deine Dinger Ja, ich bin jetzt hier wirklich an einem Meer angelangt Ich suche jetzt hier mal nach diesen Blümchen Die Teile heißen Ritualsteine, ja? Oder was? Ja Dann gucken wir mal, ob ich sie dabei herstellen kann Weißt du, das ist auch sowas Die können ja nicht so teuer sein, glaube ich Weißt du, das ist auch sowas, ne? Ich finde gerade, wenn man einen Aufnahmepartner hat, sollte man ihm doch erlauben dürfen, dass er sich das Zeug aus der Kiste nimmt, ne? Das wird so viel erleichtern Oh, die Ritualsteine sind ja teuer Ja Scheiße Dann stell ich mir die doch nicht her Vielleicht unter Wasser hier irgendwo was Es wird auch einiges erleichtern, ja? 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 Aber man braucht immer garantiert das, was man, was der andere gerade nicht und, äh, ja Können wir versuchen mal so einen Helm zu beschaffen, wenn ich schon mal hier bin Ob das noch da drin ist, äh, wo ich den mal hingelegt habe? Vergiss mal meine Spitzhacken und sowas auszuschalten Das ist natürlich schlecht und ich finde diese scheiß Blume nicht So, hier habt ihr irgendwo Helm oder was da hinten Da muss ich mal hin, ob der, ob jemand den Fahrleiter getötet hat oder nicht, weiß ich natürlich nicht Da schwimmen wieder ein paar Tinten Fische So, hier muss ja irgendwo sein, nach da hinten noch Was ist das so verlegen im Bett in der Nähe oder so? Jetzt bin ich gerade von zu Hause weg Aber ich fliege da gleich wieder hin, also gedulde dich in ein wenigen Das dauert ein bisschen Muss ich hier nicht alles kille, ne? Mein Fahrländer hat jemand umgebracht, wo es den Helm gibt, verdammt Äh, ja Fahrländer kann ich ein paar getötet haben Ja, ich hab die extra auch eingemauert Oh Gott, ne Aura Note So, was ist das für ein Blümchen? Aum Weißt du, ich glaube mit der einen Rüstung wird's nicht wirklich was Hier liegt ein Holzschwert in der Gegend rum, auch nicht schlecht Ich hab grad noch ein Schaf gesehen Ach, da oben am Baum, dann bleibt da oben Ja ne, nicht wirklich Weißt du, da findet man hier mehr Wenn's denn eins ist, ne? Und dann kann man nix mit machen Das ist irgendwie, irgendwie so ganz leicht zum Kotzen Bisschen Geh mich mal ins Bett, ne? Ja, das wär nett Boah, rumschreiß Keine Lust, dass mich Mobs auch noch angreifen oder so Gute Nacht So, dann baue ich mal eben oben die Decke rein, dann kann ich mir gleich da oben das Ritual hinbauen Was ich da machen muss Also ich hab noch was zu tun hier, keine Sorge Alles ist easy So, dann haben wir hier Tainted Scheiße gefunden Tainted Shit Boah, das kann doch echt nicht sein, dass ich hier dieses Blümchen nicht finde Die Reihe drüber Die wird doch wieder mit dem anderen Stone gemacht, ne? Weißt du, wenn man wenigstens mal wüsste, wie das Ding überhaupt aussieht Wird einem schon so ein bisschen helfen Ja, stimmt Gibt's eigentlich einen Elevator in den Dingen, ne? In der Golem 100 Life, haut mir in die Fresse Das ist nicht so schön In der Golem tot Das ist schön Wenn ich jetzt sterben würde, ne? Dann hätte ich ein richtiges Problem Aber so ein richtig, richtiges Problem? Ja Weil ich würde mein Zeug nie wieder rechtzeitig holen können Nie wieder Dann sterb am besten nicht Das ist der beste Tipp, oder? Mhm Tipp of the day sozusagen 19.000 Blut noch Wie weit ich schon weg bin von Zuhause Das geht um keine Kuhhaut Ja, und ich wollte auch noch die Steine von dir haben Ja Weil ein Spawner habe ich ja jetzt Wenn ich dir damit anschließt Dann können wir ja schon mal Dann kann ich ja Blut ohne Ende kriegen Das wäre ja schon mal geil Weil ich habe echt Blutmangel Weil ich hier immer alles mögliche herstellen muss Ich flask und sowas Die brauchen aber so viel an Blut Das ist einfach nicht schön Ich finde es halt irgendwo nicht schön Diese Blume nicht zu finden, ne? Du brauchst so eine spezielle Blume, oder was? Mhm Da ist hier wieder die Die Orchidee Die mir nix bringt Boah, ich trinke jetzt eine Ich trinke jetzt einmal eine Aufladung von meinem Flugtrank Keinen Bock hier oben beim Dachbau Um mal runter zu fallen Mega Wofür habe ich den denn, wenn ich den nicht benutze? Das stimmt allerdings So Trinken wir mal eine Aufladung Prost Prost, lass dir schmecken Habe ich mir gegönnt jetzt So Oh, ist angenehm Ich kann hier ja fliegen Uh, das ist Das ist angenehm Oh, ist das schön Soll ich jetzt wirklich nochmal kurz hier Lass mich mal nochmal kurz gucken Das war Äh ARS Das sollte ich vielleicht hier so machen Add Add habe ich gesagt Jetzt baue ich in einer Nicht-Baufolge Was ist da los? Vielleicht? Wake Bloom Ja, das weiß ich nicht Muss trotzdem nochmal kurz googeln Na, ich baue ich bereite ja den Platz vor Damit ich da gleich was machen kann, ne? Wake Bloom Boah, jetzt sind so viele Hühner in meinem Haus Das macht die eigentlich Gucken wir mal den nächsten Link an Grown on the surface of water in warm... Ja, in warmen, ne? To farm Wake Bloom create a pool of water with a wall next to it Na super Warmes Wasser, das habe ich ja hier nicht, ne? Nicht wirklich, hier ist Schnee Klingt halt jetzt zu Spaß Überhaupt nicht Ich pflege gleich wieder auf meinem Server Da muss ich so schnell landen Ja, das dauert aber alles zu lange Mach hier eine Treppe rauf glaube ich, genau Da kann ich einfach oben zu machen Hättest du dir die Potion mitnehmen können, die ich hier gebracht habe, dann hätte ich jetzt nicht fliegen können Warum ist hier Licht? Mach das Lava Die Wünsche hast du auch, ne? Da muss ich jetzt irgendwas noch craften vorher? Ne, ich brauch nur nicht die dann in den Steinen, ne? Richtig Gut So, ich komme dann schon mal wieder so ein bisschen Richtung nach Hause Vielleicht hier irgendwo in der Nähe von Lillipets Weißt du, die Sterben von den anderen Dingern hätte ich jetzt schon so viel gefunden Als Plate, okay Ach, die sterben immer noch nicht, ich misse die Hühner Das ist natürlich scheiße Da muss man halt immer von Hand umbringen, wenn es genug sind Ja Oh ja, genau Nein Wie viel von den Orchideen soll ich denn jetzt noch finden? Da ist wieder Aum Oh, von der Treppe passt ganz genau, das ist ja ganz cool eigentlich so Sogar noch einen höher muss ich Das kann doch echt nicht mehr sein, das ist zum Kotzen Aber ich komme jetzt schon mal wieder so ein bisschen Richtung nach Hause Okay Ach, ganz normales Gras Hm, ein Dorf hätte ich wieder gefunden, ne? Brauchen wir jetzt nicht so wirklich, ne? Passt das noch? Gut, ich krieg die Krise Ich denke schon Aber die brauche ich eigentlich gar nicht mehr mitnehmen Die muss im Wasser sein, das Blümchen Ne, ich glaube, ich lasse das jetzt vorerst echt mal Okay Ärgerlich Ojo Kannst du nichts ändern Man könnte die Dinger ja sogar züchten, ne? Das Aum, oder was? Ne, nicht das Aum Wake Bloom Aber das ist kein Bock eine Blumzucht aufzumachen, oder was? Ja, ne, das Problem ist, ich finde nicht eine von diesen Wake Blooms Die muss irgendwo im Wasser, wo es warm ist, am Meer, oder keine Ahnung, ne? Okay So, für Blut haben wir noch? 12.000, ob ich mit dem noch nach Hause komme, ist die andere Frage Kann ich den nicht beantworten So, hier noch so ein bisschen, och, den Neto sehe ich auch schon hier Also, den Wegpunkt Du bist hier wieder auf Idee, ja Wo habe ich meine Käfer hingetan? Hm Die müssen die nicht schon an der Wand hängen? Ne, das war in der WG Das war in der WG Habe sie gefunden Oh, ist das ärgerlich Mach ich mit den Bären hier Zombie-Gierne Immer ein bisschen aufräumen hier, ist immer ganz wichtig Man gönnt sich ja sonst nichts Das stimmt allerdings Ich vergesse mal, dass ich mein Blut-Dings hier auffüllen muss Obwohl, eigentlich habe ich hier Ich habe hier auch kein Licht in dieser Doch, hier habe ich Fackeln rein gestützt, mal eben So, und hier mache ich jetzt aber Käferchen hin Und zwar Da oben ein Da ein Kann auch fliegen Fliegt doch einfach hier, Mensch Halt Rechte Seite vom Fenster Okay Hier dazwischen, zack Und zack Hätte ich es auch dazwischen machen können Da Und da Genau, so mache ich die lieber Also da und Da Toll Also sprich, dich hier wieder weg Dichter weg Und dich dahin Dich weg Und Dich weg Und dich weg Klub dahin Klub dahin Da und Da und Da und Da und Und Kotten braucht doch kein Mensch Da Es sind nur drei Stück, die müssen auf die Seite irgendwo Wo Na da hin Na ja, so Na ja, so Habe ich da jetzt was gesehen? Nö Wieso sterben die Hühner nicht, wenn sie groß werden? Ich verstehe es nicht Ich auch nicht Wie kann ich sonst die großen von den kleinen Hühnern trennen? Äh, also in der Technik-Mod könnte ich es dir sagen Ja, ne, das muss ja hier auch irgendwie gehen Egal Kommst du noch diese Aufnahme damit mir die Steine noch geben kannst oder nicht mehr? Also ich habe, ich habe 600 Meter noch bis nach Hause Okay, dann komme ich auch mal zu dir geflogen, weil du mir die Steine geben kannst Kannst du mir dann sagen, wie ich das aufbauen muss? Also wie ich das machen muss? Äh, ja ich muss erstmal gucken, weil das ist so, mit dieser Wünschelrute kannst du verschiedene Rituale machen Ja, musst du die irgendwie umstellen, oder was? Äh, die kannst du mit Shift umstellen, aber das Ding hat ungefähr, glaube ich, 10 Rituale, ne? Okay, und du weißt nicht, wie das Ritual heißt, dass wir brauchen? Nope Aber vielleicht fällt es mir dann wieder ein Oh nein, nicht jetzt wach werden Ja, ich muss noch kurz weg Schmeiß einfach die Steine da hin, ich stehe bei dir im Haus Jupp, komm, wir machen So was, ich steige den schon mal ab, weißt du? Wo ist diese, ne? Habe ich jetzt wirklich, habe ich jetzt wirklich die ganzen Folgen damit verbracht, hier diese Kackblumen zu suchen? Nichts Hm Das heißt, das nächste Mal weitersuchen, ne? Klar, ich hätte auch hier gleich suchen können, aber ich glaube auch nicht, dass die Dinge hier bei mir in der Nähe sind Äh Huch Na komm Aua So, dann gucken wir mal, haben wir überhaupt noch was an Ritualsteinen? Ich glaube immer schon Äh Oder auch nicht Oder auch nicht Oder auch nicht Oder auch nicht Activation Reinforced Slade Wo habe ich in das Zeug hin gepackt? Habe ich die eventuelle Stones gepackt? Ritualstones So Hast du mich schon hingeschmissen, oder? Ich habe sie gerade gesucht, hier Ja, ähm Wir hätten noch theoretisch zwei Minuten, können wir die auch noch mal jetzt schon beenden, oder? Können wir Wir haben eh schon so lange aufgezogen, ne? Joa, können wir, können wir Gut Dann bis zum nächsten Mal Genau, tschüss 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 Tschüss